Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian wie immer und ich bringe dir heute ein weiteres Update. Und wir haben wichtige Dinge, über die wir heute mal wieder sprechen müssten. Natürlich sind es immer wichtige Punkte, die wir hier besprechen, aber heute geht es mal um ein, zwei Statistiken. Des Weiteren werden wir über Russland sprechen und Südafrika. Des Weiteren werden wir auch noch mal nach China schauen, denn da gibt es ja nun auch einige Bewegungen und das mit China und Südafrika könnte zusammenhängen. Schauen wir uns doch erstmal hier die Erträge der Autos an von Tesla. Und zwar, was ihr seht, im blauen Graphen sind die Durchschnittspreise über das ganze Unternehmen Tesla bei den Autos. Und natürlich seht ihr, dass 2017 die Durchschnittspreise noch relativ hoch waren, danach weiter runtergegangen sind. Und das liegt daran, dass natürlich das Model 3 reingekommen ist und dann natürlich im Unternehmen die Durchschnittsverkaufspreise heruntergefahren hat. Nichtsdestotrotz sind aber die Erträge, also das, was Tesla hier verdient pro Auto, wieder in Wellen natürlich angestiegen. Das hat einerseits mit China zu tun, aber natürlich auch, dass durch diese Hölle, durch die Tesla hier durchgegangen ist mit dem Model 3, diese sich ja stabilisiert hat und natürlich auch die Produktionskosten sinken. Nicht nur, weil jetzt, sag ich mal, in diesem Jahr und letzten Jahr sind natürlich Ausnahmen, weil da es ja viele Lieferengpässe gab. Nichtsdestotrotz, Tesla, wie ich ja auch schon öfters gesagt habe, auf diesem Kanal, schafft es natürlich durch Effizienz und neue Produktionswege oder neue Produktionslinien natürlich noch hier und da etwas Geld zu sparen oder Dinge wegzulassen, wie es ja auch manche manchmal sagen. Und das ist der Weg, wie Tesla es schafft, die Erträge zu steigern. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass in den letzten Jahren natürlich die Batteriepreise gesenkt worden sind oder niedriger geworden sind, musste man besser sagen. Und das hat dazu geführt, dass Tesla hier die Möglichkeit hat, auch mit dem Model 3 dann Geld zu verdienen. Und das wurde ja das erste Mal klar, als damals dann auch der Aktienkurs wirklich durch die Decke ging, als man festgestellt hat, oh, Tesla kann tatsächlich auch mit dem Model 3 Geld verdienen. Und das ist jetzt ja die Voraussetzung, dass wir dann irgendwann auch mal ein Kompaktauto im 25.000 Dollar Bereich sehen. Da hatten richtigerweise einige gesagt, ja, es könnten Spekulationen geben, dass diese auch auf Basis des Model 3 gebaut werden. Dann schauen wir einmal nach Russland, denn die Giga-Russia, das war ja die Vermutung, sollte kommen. Und jetzt hatte man dann in Russland auch bekannt gegeben, dass es so, ja, angeblich Elon Musk ja auch schon, ja, das entschieden hätte und so weiter. Und Elon Musk hat dann hier auf Rave for Tesla geantwortet. Der Witz an dieser Aussage ist, wir wissen jetzt erst mal, dass klar ist, ob es jetzt Giga-Indien ist oder Giga-Russia oder viele haben ja auch von Großbritannien gesprochen oder eben halt ein anderer Markt, dass hier noch keine Entscheidung getroffen ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht in Russland stattfindet oder nicht in Indien stattfindet. Es ist einfach grundsätzlich noch keine Entscheidung getroffen. Ich bleibe bei der Aussage, dass hier Tesla wahrscheinlich erst, wenn Grünheide und Osten laufen, dann eine weitere oder zwei, drei weitere Fabriken bekannt geben wird. Erstmal müssen wir natürlich hier in Grünheide fertig werden. Das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Und auch wenn die ersten Autos hier aus Grünheide rausfahren werden, werden wir noch ein wenig Zeit brauchen, bis dieses gesamte Gelände ansatzweise fertig ist. Das Gleiche gilt ja übrigens auch für Osten, wo ja dann noch Starlink dranhängt und auch die Boring Company ja inzwischen auch dann ihren Platz dort findet. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Wachstumspotenziale und Ausbaumöglichkeiten, die erstmal abgeschlossen werden müssen, bevor neue Projekte in die Bahn geleitet werden. Grundsätzlich sollte aber Tesla ja gute Erträge haben und die, wie wir haben wir ja jetzt am Anfang besprochen, sollten dann dazu führen, dass Tesla auch tatsächlich weiter Geld verdient und das auch ohne die Credits. Und das sollte dazu führen, dass Tesla im Prinzip auch davon nicht mehr so abhängig ist und dann dieses Geld reinvestieren kann. Einerseits, um seine restlichen Schulden zu reduzieren. Die lagen ja zwischenzeitlich mal vor anderthalb Jahren bei circa 10 Milliarden. Das sollte inzwischen schon um einiges weniger sein. Und dann sollten auch bald keine Aktien mehr ausgegeben werden, wenn die Finanzsituation so gut ist. Dann schauen wir nach China, denn da gibt es ja, überschlägt sich ja alles Mögliche hier. Also Evergrande steht ja wohl kurz vor der Pleite am Riesenkonzern in Amerika, in Amerika sage ich schon in China natürlich. Und das führte dazu, dass auch die Tesla-Aktie rasant nach unten gegangen ist. Wichtig dazu ist natürlich, wird hier die Nachfrage bei dem Mittelstand in China dann abnehmen oder nicht? Das ist die große Frage. Ich glaube, dass das nicht so einen großen Effekt auf Tesla haben wird. Denn der Markt ist sowas von groß, dass vielleicht dann die Kunden, die bei Evergrande wirklich Geld verloren haben, entweder es kompensieren können oder dann vielleicht auch sowieso in einer geringeren Anzahl sind, sodass Tesla das jetzt nicht direkt merkt. Ein weiterer interessanter Punkt für euch. Es gibt ein Gerücht hier auch von Vuva, dass wahrscheinlich, der diese Bilder hier und diese Aufnahmen macht, dass vielleicht bald schon die Autos aus der Fabrik autonom auf den Parkplatz fahren sollen. Es ist ja im Prinzip Privatgelände hier. Kann Tesla machen, was sie wollen grundsätzlich, solange sie keine eigenen Angestellten verletzen. Das wäre ja mal der erste Schritt. Ich stelle mir das sehr traumhaft vor, wenn das Verladen der Autos zum Schiff, welches ja nicht weit weg von dieser Fabrik ist, dann autonom passieren könnte. Das würde bedeuten, dass die Autos vielleicht diese festgelegte Strecke einfach dorthin fahren. Das wäre ja auch mal eine Methode. Da würde man sich auch sehr, sehr viel Zeit sparen. Und ja, dementsprechend glaube ich, wir sehen vielleicht hier bald den nächsten Schritt, wie Tesla noch effizienter arbeiten kann. Des Weiteren gibt es Gerüchte, dass in Südamerika, beziehungsweise Südafrika, sorry, insgesamt, ja, vielleicht die Model 3 und die Model Y bald auf den Markt kommen. Da ist natürlich die Frage, wo werden die herkommen? Ich gehe nicht davon aus, dass sie aus Amerika kommen, nämlich dann müsste man ja über den Panama-Kanal fahren, sondern man würde das aus China machen. Und das wäre natürlich ein weiterer Markt. In Südafrika gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen Arm und Reich. Es ist ja relativ chaotisch, auch dort zurzeit politisch gesehen. Aber es gibt jetzt schon die sogenannten Wall-Connector in Südafrika zu kaufen. Und das ist immer ein ganz gutes Anzeichen, dass man davon ausgehen kann, dass es auch bald vielleicht dort dann das Model 3 und das Model Y gibt. Das wäre dann wahrscheinlich kein Massenmarkt, aber ein weiterer Markt, der dann im Monat auch ein paar hundert oder ein paar tausend Autos bekommen könnte. Und das dann wieder aus China. Und das läppert sich dann doch schon wieder zusammen. Das heißt, selbst wenn wir eine niedrigere Nachfrage durch Evergrande und die etwas schwierige wirtschaftliche Situation, die vielleicht im Notfall daraus entsteht, in China sehen würden, könnte das dann aber tatsächlich ausgebügelt werden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass es jetzt keinen weltweiten Finanz-Domino-Effekt geben würde hier, was natürlich nicht zu hoffen ist. Dann schauen wir nochmal nach Austin, denn in Austin haben wir auch noch einige Dinge zu besprechen. Insgesamt können wir sagen, dass in Austin alles gut vorangeht, dass Tesla hier Fortschritte macht und grundsätzlich hier entsprechend kurz vor dem Ziel steht, auch die letzten Bereiche dann zuzumachen. Wir sehen, dass die Metall- bzw. Betonstäbe da hinten schon fertig sind und dass das dann auch bald dazu führen sollte, dass Tesla hier diesen Bereich auch schließt. Und wie ich ja erwähnt habe, Starlink wird hier auch ja bald dann die Fabrik haben und das wird linker Hand passieren. Die große Frage ist nur, kann Tesla wirklich Oktober halten? Es haben einige Leute ja zu Recht mitgeteilt, dass das ja erstmal noch die offene Frage ist, ob Tesla das überhaupt schaffen kann. Gut, also ich danke euch schon mal wieder fürs Zuhören heute. Es ist mir eine Freude gewesen, dass du dabei gewesen bist. Grundsätzlich vielleicht auch nochmal für dich. Ich habe ja einige Projekte am Laufen. Es wird in den nächsten Tagen vielleicht eine Bekanntgebung geben, dass ich das Produkt e-Volution rausbringe. Es soll ein Kleidungsunternehmen sein, welches die Elektromobilität im Generellen unterstützt. Und vielleicht magst du dieses auch mit unterstützen. Ich werde die Bekanntgebung bald rausschicken auf diesem Kanal und würde mich natürlich freuen über die Unterstützung. Ich glaube, wir sollten alle diese Bewegung weiter nach vorne ran treiben. Ich danke dir fürs Zuhören.